Willkommen zu euch, Minecraft-Freunde! Jetzt präsentiere ich euch das Yokai Teal Set. Wie ihr seht, ist das ebenfalls eine Art RPG-Set, was man hier schon ziemlich klar im Interface erkennen kann. Die einzelnen Sachen sind auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wie man hier an dem Sand sieht. Dieses Texture Pack basiert wieder auf den Maßen 16 auf 16. Leider ist es noch nicht Beta-fähig, was man wieder daran sieht, dass hier einfach die Sachen fehlen. Gut, was lässt sich hier zu sagen? Hier sieht man die Eisentür, was diese Figur hier unten erinnert ziemlich an Bowser, muss ich zugeben. Dann hätten wir hier eine normale Holztür, unsere Werkbank. Ja, das Beta-Leiden eben. Hier oben fehlt die Textur von dem Ofen. Hier hätten wir die Musicbox, oder den Kaktus. Muss ich zugeben, sieht ziemlich cool aus mit den beigefarbenen Stacheln. Hebt sich auf jeden Fall ab, wenn man erkennt, dass es ein Kaktus sein soll. Dann hätten wir hier unseren Dreckblock mit unseren Stein. Gut, das hätte man vielleicht ein bisschen anders lösen können. Dann hier hätten wir unser Gold vorkommen. Hier haben wir unseren Dungeon-Stein. Hier muss ich wieder zugeben, vielleicht liegt es daran, dass ich einfach Dungeon mit irgendwie was Altem, was Grünem verbinde. Deswegen gefällt mir jeglicher Dungeon-Stein nicht, der nichts Grünes beinhaltet. Deswegen ist das hier wieder perfekt, weil das wieder so einen grünlich angehauchten Cobblestone hat. Also das ist, ich finde es nett. Dann hätten wir hier unsere Planke. Dann unser Obsidian. Sieht auf jeden Fall wow aus. Also das hat sich sicherlich ziemlich stark ans Portal gerichtet, wie man hier sieht, die einzelnen schwarzen Kreise. Also das hat auf jeden Fall etwas. Dann hier hätten wir unseren Bedrock. Sieht man eindeutig an der schwarzen Farbe. Finde ich perfekt gelöst, weil nichts Schwarzes steht einfach so in der Welt rum. Also das symbolisiert schon, dass das was Besonderes ist. Dann hätten wir jetzt ja hier unser Diamanten vorkommen. Gut, finde ich etwas seltsam, weil diese Diamanten hier irgendwie ein Gesicht bilden. Hätte man sich eigentlich sparen können, weil das nicht gerade toll aussieht. Gerade wenn man jetzt sich überlegt, wenn man damit was bauen will, hat man stetig so ein Gesicht im Haus rumstehen. Also, naja, das muss nicht sein. Gut, bei dem Bücherregal hätte man sich auch Mühe geben können. Hier hat man nichts außer Weiß. Naja. Erinnert mich irgendwie spontan an so eine japanische Schiebetür. Gut. Das TNT hätte man leicht überarbeiten können. Dann, ähm, gut, hier hatten wir wieder die typischen Tschecholaternen. Wieder mit dem Gesicht nach unten. Irgendwie erinnert das an Brot. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Dann hier die Blumen. Wieder eine schöne Variante, dass wir hier einen Busch haben. Der Busch hätte meiner Meinung nach etwas buschiger sein können. Die Blumen, gut, kann man so lassen. Leider beinhaltet das Texture Pack, ähm, keine Feueranimation. Hier steht wieder Fire Text Here. Oder was auch immer das hier unten heißt. Hier heißt es auf jeden Fall nicht. Das wäre unsere Lava. Hier sehen wir, Kotlet hat sich nicht verändert. Dann wäre das wieder unser Glowstone. Der Bambus ist allerdings ziemlich gut gemacht, muss ich zugeben. Ja, daher, dass es nicht beta-fähig ist. Sehten wir hier unsere Rolle nicht. Und, ja, von den Porträts hat sich auch nichts geändert. Naja, alles in einem, würde ich sagen. Man kann sich das Texture Pack mal ansehen. Naja, ich würde es jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen. Kann man sich doch noch ein bisschen mehr Mühe geben. Okay, dann, ähm, zeige ich euch doch gleich das letzte Texture Pack. Bis gleich. Einen kleinen Nachtrag möchte ich dennoch hinzufügen. Das ist mir gerade eingefallen. Das Interface. Das, ähm, erinnert auch ein bisschen an Zelda, muss ich zugeben. An A Link to the Past. Mit diesem ganz großen schwarzen Inventar, wo man die Gegenstände einzeln drin hat. Ähm, fügt sich jetzt meiner Meinung nach nicht so gut hinein. Weil es sieht dann doch etwas, wie ich sag mal, bedrohlich aus. Man meint, wenn man so eine Kiste aufmacht, oh nein, da kommt ein schwarzes Loch entgegen. Also, das ist jetzt nicht so mein Fall. Hier auch, hier auf dem Craftingfeld hat sich nichts getan. Hätte man ruhig, wie hier in der Steam Pack Version, hätte man ruhig nochmal einen neuen Hintergrund belegen können. Also, hätte man auf jeden Fall noch was draus machen können. Und gut, das war der Nachtrag. Also dann, äh, bis gleich.